Yo's, yo's Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Leute, heute gibt's mal wieder eine Reaction. Wir reagieren auf Ram, wir reagieren auf Rap am Mittwoch. Leute, ihr wisst gar nicht, was ich gerade gefunden habe. Ich hab gerade überlegt, auf was können wir noch so reagieren bei Rap am Mittwoch und so. Ich hab einen Vorschlag von euch gesehen, der wurde, glaube ich, 200 Mal in die Kommentare geschrieben. Auf den wollte ich heute reagieren, aber ich hab heute was entdeckt, einfach so spontan. Und zwar, Kapital und Z haben irgendwie zusammen gerappt mal. Und das hab ich hier jetzt entdeckt, aber ich hab's mir nicht gegeben, weil ich es zusammen mit euch geben wollte. Und ich kenn das gar nicht. Ich kenn das einfach gar nicht. So, auch nicht vor ein paar Jahren oder so. Die sind irgendwie auf der Bühne und rappen mir irgendwie zusammen, weil hier ist Kapi und danach kommt irgendwie direkt Z. Das wollte ich mir mit euch eben geben und dann, wir wollten auch noch, ich würde auch noch kurz aufs Battle eingehen. Kapi vs. Z, Alter. Auf das Battle hab ich schon reagiert, Leute. Also, weil ihr schaut immer noch in die Kommentare, reagier auf Kapi vs. Z. Leute, auf Kapi vs. Z hab ich schon reagiert, damit ihr da Bescheid wisst. Verlinke ich euch in der Infobox. Aber ich will kurz noch darauf eingehen und dann gehe ich auf das ein, was ich mir eigentlich geben wollte. Z zu ficken, das ist kein Problem für mich. Ich nehme, ich gebe nicht. Außer deiner Freundin gelegentlich. Meine Punchlines sind wählerisch. Aber dich zersäge ich. Komm, rede nicht. Ich muss sagen, bei dem Battle, weil wir haben nichts zu dem Battle gesagt, wir haben halt darauf reagiert, aber nicht wirklich dazu was gesagt. Will ich noch eine Sache loswerden, was ich wirklich sehr, sehr korrekt fand von Kapi, weil das sind ja Homies gewesen. Dass Kapi nur auf Freundin gegangen ist und bei seinen anderen Battles immer auf Mutter geht und dies. Aber bei Z nur auf Freundin gegangen ist und nicht auf seine Mutter, äh, nicht Mutter beleidigt hat oder so. Z hat's schon gemacht. Was soll ich dazu jetzt sagen? Also, kann man machen, so, was soll ich sagen? Also, ich würde es nicht machen, deswegen finde ich es halt korrekt von Kapi, dass er das nicht gemacht hat. Finde ich einfach korrekt. Ah, Mann, ich sehe hier keine miesen Gegner. Er macht sein Geld auf den Knien. Fliesenleger, ja. Meine Rap ist so out. Kapitaler Typ, der dich haut, dicker. Ich bring deinen Vater um. Oh, jetzt, das ist diese Line. Ah, jetzt, jetzt, das ist diese schmerzvolle Line, Alter. Mit der Hilfe eines Hammers und bums dann deine Mama auf dem Grabstein deines Vaters. Also, halt deine Schnauze. Junge, obwohl ich die Line kenne, weiß ich, aua. Ah, aua, Alter, okay. Okay, ich will mir eigentlich hier das hier geben, Leute. Das hier will ich mir geben. Bin richtig gespannt drauf, Alter. Ich konnte halt nicht warten. Eigentlich war eine andere Reaction geplant, aber ich konnte halt nicht warten. Sonst hätte ich mir das privat gegeben, will ich aber mit euch zusammen mir geben, deswegen. Was macht dein Gang-Style? Ich chill enthai mit Muschis aus Tschechei im Q7S-Line. Bitches auf dem Beifahrer sitzt mit der Aka-Partner. Ich hab das Blei angespitzt. Was? Juck mich das, was du von mir denkst. Ich hau nicht dich. Ich hau deine älteren Cousins. Cousins, okay. Da hat Ben Salomon ja auch Cousins gesagt. Okay. Okay, das ist halt so eine Textrunde, ne? Wo sie einfach komplett rappen. Ich stell mir das gerade so vor, wie krank wäre das, wenn Kapital und Z einfach heute gemeinsam alles auseinander nehmen würden. Kollabo-Album KapiZ, ey, Hand aufs Herz. Die würden alles, komplett jeden einzelnen Abriss, das wäre einfach nur Abriss. Schade, Mann. Schade. Ich schwöre euch, ich hätte es so krank gefeiert, Mann. Okay, ey, ich muss sagen, das sind halt so Textrunden. Haben wir uns irgendwie nie von Kapi gegeben, hab ich auch irgendwie mir nie gegeben. Auch so A Cappella-Sachen, wo kein Beat ist. Falls ihr Bock habt, dass wir auch auf die Sachen reagieren von Kapi, Z, dies, das. Lasst auf jeden Fall Daumen nach oben da oder ballert es in die Kommentare, weiß ich auf jeden Fall Bescheid. Ich weiß auf jeden Fall, ich habe hier nur kurz gesehen. Ja, genau, gleich kommt auch Z rein. Z rappt zu perfekt. Es macht R-T-T-T-T-T. Du musst verstehen, ich komme mit ohne Blick wie Osama. Und du kriegst dein Schwanz nicht hoch. Tor ist Hammer. Ich bin verwirrt, soll ich mit Kommen oder mit Schafe denken? Aber einem Löwen ist egal, was die Schafe denken. Du machst der Ausländer-Politik. Boah, jetzt kommt R rein, jetzt kommt R rein, Alter. Ich wusste, Z, Leute. Boah, ihr habt irgendwas reingeschrieben, dass Z ein Song ist. Auf den soll ich auch reagieren. Wie hieß der? Ibrahimovic oder so, glaube ich. Ich weiß nicht. Boah. Sollen wir darauf reagieren? Sorry, wenn der irgendwie anders hieß, aber ich glaube, der hieß Ibrahimovic. Falls ihr Bock habt, dass wir auch darauf reagieren, bin ich gespannt drauf, Mann. Schreibt's rein, Mann. Oder lasst einen Daumen nach oben da. Boah, Junge, Junge, schöner Beat. Die kommen auch schön rein mit dieser Pause, auch im Flow gerade. Gefällt mir gut. Das ist heute mal so eine Reaction, Leute. Normalerweise, ihr wisst, ich reagiere nur auf Battles, wo gekontert, gedisst und dies wird. Heute ist das mal so eine Reaction, weil das mit Kappi und Z ist einfach... Ja, das hat Rapper Mittwoch einfach... Das macht Rapper Mittwoch, finde ich, echt aus. Macht viel aus, Kappi und Z. Und das wollt ihr einfach auch noch mit euch zusammen drauf eingehen. Wenn wir schon auf Kappi und Z reagiert haben, dann auch mal auf sowas Schönes diesmal zusammen. Junge, 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 Alter. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, Alter. Ich muss einfach... Ich stelle mir die ganze Zeit Kappi und Z einfach nur vor. Und ich muss sagen, es hat Rapper Mittwoch, die bei Rapper Mittwoch zu sehen und Kappi, wo er heute ist, zu sehen. Aber dieser krasse Unterschied auch, wo Kappi heute ist und wo Z einfach heute ist. Einerseits geil, wo Kappi ist, er ist der erfolgreichste deutsche Rapper geworden. Andererseits traurig, dass man heute nichts mehr so von Z mitbekommt, Mann. Dieser Unterschied ist riesig, Mann. Fickstum mit Ficka, hier, hier, Ecke. Hier, Ecke zum Ficke, durchsieben deine Klicke. Das Einzige, was mich an USA interessiert, Bruder, sind Bigi und Tupac. Boah! Bigi und Tupac, schöne Line am Ende. Wenn ihr mich fragt, auf welches Feature ich am meisten schockiert, aber positiv wäre, Kapital Z. Ich höre, wenn das irgendwann passieren sollte, ich bin der glücklichste Mensch. Sage ich euch ganz ehrlich. Okay, eine kurze Reaction darauf, hatte ich einfach mal Bock. Ich wollte mir das geben, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr mehr Rapper Mittwoch sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben. Dann ballert mir in die Kommentare, auf was für Battles wir reagieren sollen. Und das war jetzt sowas, aber demnächst halt nur noch so Battles, Reaction. Macht's gut, Leute. Abonniert diesen Kanal, würde mich freuen. Checkt gerne Instagram am mwtk-1212. Könnt ihr mir auch auf Instagram schreiben und da Vorschläge machen. Haut rein und ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.